Weiß nicht, wie ich heiße. Shadow Butler. Jaja, ein... 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 Ähm... Butler. Bedien mich! Ok... Sponio, meine Freunde, der Leichtunzeichen oder Art und willkommen zurück zu einer Folge Jumpy 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 Jump mit Early Boy gegen Early Boy. Hallo! Hallo! Ich hab gehört, du verlierst heute? Äh, bist du? Guck mal, denn ich bin schon auf 3 und 4 und 5 und 6 und 7... Boah, Alter, wie du durchgehst, ey. Übertreib dein Leben. Ich übertreibe gerne, mein Leben. So, jetzt müssen wir uns grade angucken. Early und ich, wir machen heute, äh, die gute Runde Jumpe Jumpy Jump! Und schauen, wer der bessere Jumpy Jumper ist. Oh Gott! Und ich habe überlegt... Boah, ist geht'n ab, Alter? Jetzt und jetzt! Ha, 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 ha.. Wie jetzt? Als defeat. Da ist es, da ist es! Ach, da ist schon das Ziel! Ich war so fellziert! Ach, Early van Oelsen. Ich habe überlegt, da mal ein Format draus zu machen, Leute. Es gibt zwar jetzt noch recht wenige Maps, aber ich finde das ganz cool. Ich mache jetzt einfach mal unverblümt weiter. Wir spielen mal Kitchen, das kenne ich nicht. Hallo. Dankeschön. Oh Gott. Okay, das ist tatsächlich eine Endküche. Und ich fand das ganz cool, so ein Best of Seven oder so. Also wer als erstes vier Runden gewinnt. Denn es gibt ja immer wieder neue Maps. Und dann kann ich Leute rausfordern, wenn es ums Jumpen und Runnen geht. So, zack. Alter, uh. Der Durchlauf ist hier. Zack. Zack. Zack, zack. So einmal hier. Nein, ich habe es verkackt kurz davor. Ich bin so ein Dummkopf. Ich bin so ein Dummkopf. Early, nein. Wo sind sie denn hin? Ach da. Nein, oh. Early, 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 bitte nicht. Oh, lolo. Early beat nicht. Oh, lolo. Early beat nicht. Chiu, chiu. Oh Gott, ist das ein Jump, ey. Oh Gott, ich glaube nicht. Oh Gott, wie ekelhaft die sind. Zäunsprünge. Die sind maximal. Zäunsprünge, läuft bei mir. Oh Gott. Der war ja schon lange vorbei. Echt? Ja. Okay. Oh Gott. Ich habe so Angst, dass du viel schneller bist gerade als ich. Oh Gott. Ja, ich bin schon viel weiter als du. Ich glaube, wir sind genau gleich weit, oder? Oh Gott. Nein, ich bin ganz am Anfang. Oh Gott. Hä? Aber wir haben die gleiche Zahl. Okay. Boah, Alter, wie lang dieser Jump and Run ist, Alter. Ich sag's dir. Ich habe 20 Tote. Wie viel? 40. Es gibt einfach ein Checkpoint, weil die Map so lang ist, Alter. Es gibt ein Checkpoint? Ja, ich bin am Checkpoint. Wo? Wo zur fucking Hölle müssen wir hin? Da. Nein. Im, äh, in der, was ist das? In irgendwas hier. In dem Kühlschrank. Wo ist hier ein Kühlschrank? Darunter? Ach da. Ähm. Nein. Da hinten bist du schon. Ja. Ja, warum hast du deine niedrigere Zeit? Ja, deswegen. Das verstehe ich gerade auch nicht. Deswegen hat mich das hier gerade so irritiert. So. Zack. Und einmal den hier. Oh Gott. So seitlich an der Leiter. Vom Schmeiter. Okay, gut. Und Mai Tai. Zack. Early's kommentieren beim Jump'n'Run. Hm. Äh. Hm. Nein. Ey, boah. Das wird aber schwer jetzt. Okay. Nach dem Leiterjump. Den Jump verkacke ich immer. Ich bin schon mal 21 tot. Und du? 22. Nee. Oder? Drei. 24. Ach nee, 23. Ach stimmt, das steht da unten. 3 zu 23, Early. Wir machen das. So, zack. Zack. Oh, tut mein Daumen weh, weil ich so toll auf die Scheinleer rass. Lach da nicht. Hast du was gesagt, Lach? Sprichst du wieder mit deinem DJ-Hamster? Das ist nicht ganz nett. Ja, ich unterhalte mich mit meinem bellenden Hamster. Oh, Mann. Okay. Mit deinem bellenden Hamster? Du, hallo. Hallo. Nimm die Griffel. Nimm die Griffel von meinen Maus weg. Meine Maus. Meine R-Maus. Von meinen Maus. Hallo. Nimm die. Hallo. Hallo. Ich würde gerne gewinnen. Ich verliere. Ja, gut. Wenn du willst, mach mal. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Lässt du gerade jemand anders für dich spielen? Ja, mein... Während wir auch nehmen. Runden habe ich auf der Eiltaste. Ja, auf der Eiltaste? Mein bellender Hamster will jetzt hier... Was machst du da? Drück das doch mit dem Daumen. Wie spielst du? Ah. Ja. Der lässt einfach... Der sei für die 12 Tonnen. ...eiskalt in der Aufnahme jemand anders für sich spielen. Du bist gerade 12 Mal verreckt. Nein. Doch, bist du. Nein. Pssst. Geh wieder zurück in deinen Laufrad. So. Ich habe noch einen Checkpoint. Ah! Wie einen neuen Checkpoint. Es gibt noch einen. Die Map von eben war viel lustiger. Die Map ist richtig lang, Alter. Oh nein. Oh Gott. Ich schaffe doch nicht mal den Anfang. Ich schaffe das nicht mal den Anfang. Oh, Alter. Ich habe mir gerade einfach echt unnötig ziemlich viele Tode eingehandelt. So, was geht ab. Puh. Alter. Alter? Die Map. Die macht mich ein bisschen wütend. So, jetzt aber... Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich finde, mit meinen Tonen komme ich ganz gut hin. Oh, ist nicht dein blöder Ernst. Bleib immer an der blöden Wand hängen. Nein. So, jetzt kommen die Rage-Gefilde hier. Ey, 50 Tode. Lach nicht. Du bist nicht wütend. Du hast gerade jemand anders für dich spielen lassen. Natürlich darf ich lachen. Oh Gott. Nein. Oh Gott, okay. Oh, diese epische Musik im Hinterkopf bei mir. Boah, Sound springen wir jetzt. Ich raste aus, Alter. Ach, dann muss ich später auch lachen oder was? Nee, muss ich nicht. Doch, doch, muss ich nachher lachen. Oh, noch ein Checkpoint. Willst du mich denn verarschen, Alter? Wie weit muss man denn hier? Ja. Es ist doch ein Witz jetzt, weil die ist das hier. Zack. Der ist einfach nur lang. Also, der hat echt Passagen mit den Leitern. Die waren, die waren jetzt nicht. Kann ich einfach lang. Oh, was? Ernsthaft, man kann die nicht hoch? Okay, shit. Ach, fucky offy, Alter. Fucky offy. Das ist das neue Ding. Willkommen. Was ist denn das für ein Scheißkampf? Das machst du doch extra. Du hast wahrscheinlich eine komplett andere Map. Ich seh dich gar nicht. Das ist eine Ausrede. Du hast eine komplett andere Map. Ich springe einfach nur gerade aus. Du machst dich lustig über mich. Deswegen haben wir auch die gleiche Distanz die ganze Zeit. Ich habe so eine Plane-Welt und ich laufe einfach nur gerade aus die ganze Zeit und tue so, als wenn ich springen würde. Und eigentlich ist das nur ein Trolling. Willkommen bei der versteckten Kamera in meinem neuen Format. Die Map ist echt scheiße. Also der Anfang, das musst du packen, Early jetzt. Sonst hören wir hier nicht auf. Wir hören hier nicht auf. Deine Anwesenheit macht mich nervös. Ist okay, mach mir klar. Passiert vielen Frauen. So, okay. Komm. Nein! Ich schaff's doch nicht mal bis zum ersten Leiterjob. Ich hab noch nicht mal den ersten Checkpoint angenommen. Übungen macht der Meister Early. Das ist Trainingscamp. Die komplette Verzweiflung. So. So. Wie? Ich liege jetzt einfach rum. Flyer-Experts-Learn. Ernsthaft? Hast du Hacks? Ja. Ich hab den Live-Hacks. Und jetzt? Da ist das Ding. Da ist das Ding. Wie jetzt? Ich hab noch nie... Ich bin schon wieder am Anfang. Sollen wir noch eine machen? Sollen wir noch eine machen? Vielleicht irgendeine einfache oder so? Da steht das so nicht dran. Ja, jetzt wo du verlierst. Ich hab... Einfach nur hab ich das hier, ne? Du hast mich gewinnen lassen. Damit du gewinnst. Okay. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was was ist. Wir machen jetzt einfach mal Jungle. Kenn ich selber nicht. Aber die sieht bestimmt... Das sieht ganz okay aus. Das gäbe nicht. Das sieht ganz okay aus. Die gewinn ich... Drei... Drei... Eins... Und... Nein! Zack. Oh Gott, Alter. Die Sprünge am Anfang sind ja richtig... 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 Kannst du dich auch mal schirren? Ich sage, drei Tode direkt wieder. Das kann doch nicht sein, Alter. So. Alles gut. Ich merk schon. Alles okay. Alles okay. Was ist das hier? Wie jetzt? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich bin jetzt auch... Ich wollte nichts machen. Ich dachte mir, das wäre ein Checkpoint. Okay, alles cool. Komm, eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Eine machen wir noch. Mal, 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 Canyon. Canyon hat man noch nicht. Diesmal lass ich dich nicht mit. Diesmal lass ich mich nicht mit. Okay, oh, heilige Scheiße. Das sieht aber auch nicht so nett aus. Zaunsprünge, ist das euer Scheißern? Ich glaube, da musst du nicht anzaunen, oder? Kommen wir uns davor. Ja, aber das ist heute im Weg. Das ist heute im Weg. Schon richtig wie so ein gestörter Alter. Ja, kein Bock mehr. Okay. Und zack. Komm mal da drauf. Okay. Okay. Komm, 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 komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja. Ja. Nein, nein. Ich bin im Ziel. Was soll das sein? Oh, Mann, Leute. Ich bin jetzt gemobbt. Okay. Um Early Boy nicht weiterzumachen. Obwohl mir das jetzt ein wenig Spaß gemacht hat, tatsächlich. Würde ich sagen... Das war das letzte Mal auch gemacht. Der hat mich die ganze Zeit gemobbt. Das Thema hab ich lustig gemacht. Bis Early Boy weint, Leute. Bis Early Boy weint. Okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, obwohl Early Boy jetzt weint, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch mal bei Early vorbei, der ist in der Beschreibung verlegt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Jumpy Jam. Bis dann. Tschüss. Von Weini Jam. Tschüss.